Das ist aber noch kleiner, oder? Hallo! Der sagte, es gibt Pletsching, so spezielle Gerichte von Lombok. Ja, also aus Wasser Spinat, mit Soßen und scharf gemacht. Das haben wir gestern Abend. Wir haben gestern Abend sehr scharf gegessen. Pedest, katainya. Pedest, katainya. Tangkung, ne? Sate, sate. Guck mal, die gucken alle zu, ne? Die verrückt. Wir sind die Außerirdischen, die hierher kommen. Die Außerirdische sind gelandet hier mit ihrem UFO. Ja. Aber das war genauso bei dem Hindu-Titel, als eröffnet wurde bei dem Ausflug. Ich steig aus dem Auto aus und alle machen. Die war ja gerade die Eröffnung. Wo kommt da eine Touristin her? Das gibt es gar nicht. Ja, das ist einfach für die Kinder auch, zum zeigen, die verschiedenen Pflanzen, was es hier gibt. Und die Windmühle. Da gibt es dann auch schon Bogenschisten, da gibt es auch schon die Windmühle aus Niederlanda, glaube ich. aus Niederlanda. Ach, ja, kannst du hier. Das sind uns hier. Ja, ja. Guck, wir werden schon verfolgt, Ivan. Hallo. Ja, genau. Ich muss auch schon. Also wann? Hallo, Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guck mal, die wollen mit euch ein Bild machen. Ja, die. Haben die dich gefragt oder was? Wieder? Haben die dich danach gefragt? Ja, wohl. 15.000. Ja. 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 Ja, ja. Der Dorfmeister Ja, da gibt es auch dort drüben so Pools dahinten. Ja, schwimmbar. Aber das ist schön. Ja, am Sonntag wäre dann schon mehr Menschen hier. Ja, also mehr Leute. Ja, also schön. Ja, ja. Jerman, Jerman. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ja. Ja. Schön. Also das finde ich jetzt echt gut. Ja. Schön, ja. Für Einheimischen, einfach billig kommende hier und den Tag ein bisschen verbringen. Wirklich, also schön gemacht. Ja. Finde ich auch. Also das. Ja. Außer dann hier so Exoten durchspazieren, wie wir. Ja. Wir waren noch nicht lange genug hier, wir sind noch so hell. Nach einem Monat vielleicht, ja, wird dir ein bisschen dunkel, ja. Aber ich war gleich rot, Ivan. Oh, ja. Ein Tag und dann war ich rot. Ja, Bogenschießen, ja. Und das dahinter, wozu ist das? Das dahinter ist? Ja, das ist auch zum Zeigen, glaube ich, hier. Das gehört dazu, oder? Gehört zu dem anderen, dass man hier, von hier aus vielleicht so ein Robo kommt, ja? Ja. Ne. Dahinter, guck mal, die Stäbe. Ja, ja, meine ich, ja, meine ich, ja. Diese Holzstäbe da, dort ja, also mit den schwarzen Folien irgendwie. Ja, genau. So, so, thank you for coming. Steht drauf, ja. Aber kostet das auch für Einheiten? Ja, auch. Ja, doch. Auch so viel zahlen die. Mhm. Da es überhaupt keine Touristen hier kommen, dann kostet es gleichmäßig hier. Okay. So, was ist jetzt mit dem Garten? Also, das ist mit dem Garten, das ist mit dem Garten. das mit dem Garten. Dass Sie diese Connensivität nicht wünschbar sein können.